Auch wenn der Sturm immer stärker wird, scheiß dir nichts, hau rein, denn du wirst auch immer stärker. Abonnier diesen Kanal, denn hier kommen immer wieder Impulse, die dich aufbauen, stärken und von innen her motivieren. Wir sehen uns beim nächsten Video, ich freue mich schon drauf. Piatiservus, mach's gut!